recht herzlich willkommen zur 34 folge von grand age medieval und zwar müssen wir noch ein paar kapellen bauen und die werden uns hier auf der karte angezeigt ich habe jetzt mal hier oben geguckt und nicht gefunden aber die blinken hier auf der karte sehe ich jetzt das heißt krakau noch eine kapelle und dann hier krajowa auch noch eine kann man abbauen und hier unten ist es müßtas müßtras und bauen gut dauert eine weile brauchen ein paar steinchen wahrscheinlich für und so krakau gotteshaus ohne ende eigentlich da ein riesen dom und wir haben noch nicht mal an der kapelle gebaut also wenn ich drauf bin ist das spiel in pause dann geht das nicht hier fehlen rohstoffe genau so sieht es aus kann man irgendwo sehen was da genau fehlt sowohl nicht doch da steht jetzt baubaren fehlen das symbol sind steine kann das sein ne ziegel ok das heißt wir müssen den händler hier mal nehmen und auch mal nach aber hat wahrscheinlich keine steine nur durch 239 und immer ein paar von den steinen auf brauchten wie viel 127 ok die kriegen alle besorgen wir darum bringen die da gerade runter ja da war gerade nur einer zufällig hat uns gerade eine angegriffen so 127 mit die kriegen dann die 127 ziegel und alles ist alles gut gut so sonst sollte das symbol hier oben ja gleich weg gehen waren fehlen aber wir müssen entladen ok jetzt muss es gleich weg gehen oder jetzt ist es weg produktion übersicht fischer alles gut und läuft kann aber nicht sehen wie viel prozent das sind auch schon ziemlich viel und krakau auch wunderbar schon wieder ein angraf dann lass uns doch mal hier die truppen marschieren auf geht's und da die luxe mal angreifen ja gar nicht so was die gehen sogar der stadt rein oder was ist gewandt ist gewandt so und angreifen müssen auch wo sie sind wo die eine truppe ist ja gleich schon kaputt hätten eine kaserne muss oder wie sehe ich das aber sie freuen und geht los ach schon gleich kaputt jawohl holzhütte was ist da los keine leute ok da liegt noch ist gewandt jawohl passt schon ne ja lass mal die truppen einfach da ne das war die hütte genau und lass mal die truppen da stehen falls da wer kommt dann kann der gleich angegriffen werden also drucken können wir auch eingraben brauchen wir aber nicht so krakau was macht krakau fast fertig krakau war auch fast fertig ne ist er nicht hingesprungen da ist Mürstras Mürstras das dauert am längsten das dauert noch einen kleinen moment aber das sollte nicht lange sein ok ja wenn ich rein gucke dann wird der Bau unterbrochen ne das ist schlecht hm kriegen wir schon hin aber man möchte immer so gerne gucken ne noch ein ganz bisschen und dann haben wir alle städte besetzt besetzt ne ah minimal woche 41 das ist ja klar nein woche 42 dann fertig habt dank für eure mühen wisset wisset für euer nächstes gutes werk es ist die nächstenliebe die den christen ausmacht nächstenliebe auch zu jenen die euch fremd sind zeigt den menschen wie der glaube berge versetzt bringt jene in den schoß der kirche die ihr bisher nur mit halbem herzen folgten und tut es friedlich wie ein wahrer christ ok jetzt müssen wir jetzt mehr übernehmen aber das sieht gerade mal nicht eben so aus ne ja wie los ist das ja was machen wir mit ihm frage was wir haben wollen ne hier ist jetzt nur fisch vielleicht interessant würde ich mal sagen wenn wir so mit ein paar hemmen oder tuch ist das ne tja und der rest fisch haben wir schon hier oben ist noch getreide nehmen wir noch ein bisschen mit dann gehen wir da mal rüber und gucken was denn jetzt mehr so los ist mit freude aber warte mal wir können das mal über aller machen da ist ne plage und der produktion ist da können wir noch ein bisschen einpacken vielleicht haben wir den karren gerade halb voll ne oh hier gibt es viele sachen so wo nicht Bier und da ist der karren schon voll exquisit dann mach jetzt mehr Zelt und Ruine jetzt mal gucken wir dass wir hier nicht irgendwie angegriffen werden haben oder wir werden es gleich sehen so und sind die nobel sind wir da kommen sie schon Wölfe aber der Händler lässt sich nicht beirren oder wie sehe ich das doch 42 Entschuldigung Auslastung reduziert ok jetzt mehr friedlich übernehmen wir können noch nicht handeln damit wir noch keinen vertrag haben das heißt gibt es noch etwas was wir klären müssen na dann lasst mal euer angebot hören wenn die es beibehalten da gibt es Geld da gibt es bahn ach so okay und da muss ich jetzt da hatte man das handelsangebot haben wir wohl schon, oder? und da machen wir noch eine 0 hinter, oder auch 2, ne 2 gehen wir doch nicht doch würden wahrscheinlich auch gehen, aber 100.000 gehen wir mal und alles gut ja ist eine coole sache, oder? das ist so abgemacht okay Sympathie liegt bei 65 na dann lasst mal euer angebot hören Statt übernehmen wir hier auch, ne? Sympathie 80 Punkte sind bei 65 Beliebtheit kriegen wir nur, wenn wir Ware verkaufen, oder? Kann das sein? was machen wir jetzt da? ach so, doch geht doch gut, was haben wir mit da haben wir was mit Tuch loswerden Fische haben sie schon ohne Ende Bier haben sie auch aber die haben keinen Honig das war jetzt wichtig Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? und hier sind wir bei Sympathie 64 ok nochmal gerade Wein in den Handel Honig super wichtig und Fleisch ne, Fleisch nicht quack Brot und ich habe ich gerade abgeliefert Wein, Kohle Keramik und hier auch Werkzeuge ja ja das ist unmöglich das ist unmöglich ok, das ist möglich gehen wir mal Bielki Bresklau Bieliki nicht Bielki Bieliki gut ich habe Getreide aber nicht verkauft, naja habe ich wohl übersehen Kohle Kohle kann man wieder ganz aufnehmen und dann ist es auch schon voll gut, dann mache ich es mir wieder hin mit Freude ja, gut dann würde ich aber sagen soll es erst reichen wir holen noch gerade unsere Truppen da runter fällt mir gerade so auf damit wir da ganz sicher vorbeikommen auf geht's und schon mal weiter ne, dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss